Von der Putzfrau zur Diva. Diese ungewöhnliche Verwandlung durften die Besucher der Marienthaler Sommerabende jetzt live mitverfolgen. Anja Sokolowski und Claudia Wand schlüpften in die Rollen der Putzfrauen Edith und Hilde. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, hieß ihr Programm, mit dem sie in Marienthal auftraten. Geboten wurden alte Klassiker, inspiriert von den ganz großen Diven wie Marlene Dietrich oder Marilyn Monroe. Und da konnte es mal einen ruhigen Chanson, mal einen peppigen Tango geben. Über mangelnde Abwechslung konnten sich die vielen Besucher nicht beklagen. Begleitet wurden die beiden Diven von Mike Kaiser an der Gitarre und Jörg Schlösser am E-Piano. Hier und da gab es im umfangreichen Programm sogar kleine Kabarett-Einlagen. Doch die Musik stand ganz klar im Vordergrund. Am 22. August gibt es in Marienthal moderne A Cappella-Popmusik. Dann tritt dort die Gruppe Mädels auf. Ja, Kinder, mein Abend, da suche ich...